Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer frostigen Runde, wenn sie uns fangen aus dem Winterdorf mit viel Rutschen und viel Schnee. Die zweite Runde gibt es hier aus dem Winterdorf und das wird ein Death Run, das heißt wir werden so lange hier im Winterdorf wegrennen, bis die anderen uns haben, wieder mit dabei sind, Larissa und Feria, wie in der letzten Runde. Hallo! Hallo! Und ich würde sagen, wir starten direkt, denn die Sucher kommen immer näher. Let's gooo! Und ab hier runter. Ui! Ach, hier geht's runter, oh Gott. Ich wäre ja auch fast falsch gelaufen. Ach du jemini, ich fahre noch nie so schnell. Gut, wir sind unten angekommen. Hoffentlich alle sicher. Warum rennst du da lang, wo ich lang wollte? Weil ich einfach hier random irgendwo lang kann. Gut, und die Sucher können jetzt auch starten. Let's go! Rutsch den Berg runter. Ah, ich stecke direkt fest. Oh! Mein Ball, die Sucher kommen. Oh mein Gott, hilfe ich auch. Oh Gott, nein. Ich habe halt hier im Winterdorf keinen Plan, wo das Ende der Map ist. Ich fahre mir mal random irgendwo lang. Äh, ich hänge fest. Das ist jetzt so optimal. Ich will hier weg. Danke. Danke, Alufaia. Sofala! Ach, den Meisterdorf gibt's gar nicht. Wir werden verkauft werden. Ähm, der Winterdorf wurde halt auch wieder ein bisschen überarbeitet. Das verwirrt mich halt. Weiß ich nicht genau, wo alles ist. Ich habe halt die ganze Zeit Angst, dass ich plötzlich so nach rechts abbiege und da ist dann Ende. Da ist dann irgendwie Wand. Noch ist die Mente hinter mir. Alles gut. Oh, ja. Das ist mir gerade passiert mit der Wand. Super. Oh, wie süß. Was ist süß? Hast du ein Elf gesehen? Oder ein Fuchs? Nicht mehr so süß, wenn man bedenkt, wie knapp das gerade war. Oh, hi, Alter! Warte, was war süß? Oh Gott, tot. Oh Gott, warte. Oh mein Gott, wo ist halt diese Höhle, ne? So süß. Und auf einmal konnte auch jemand rein. Ich so, tschu! Ich bin hier falsch. Ähm, Lara! Geh doch weg! Oh, 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 oh. Oh Gott, da kommen wir rein. Ich warne dich. Meine Sucher sind sehr nah an dir dran gewesen gerade. Ich bin mir gar nicht dran. Nein, 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 ihr seid gerade auch bei mir. Hi, was macht ihr denn hier? Deswegen hat ihr so viele Leute auf einmal. Wir rennen um unser Leben. Oh mein Gott, sind alle bei euch? Also bei mir ist niemand. Sind alle bei Leon. Oh Gott, bei mir. Warum sind die direkt hinter mir her? Ich soll ihnen das schon wieder. Äh, geht's hier dran? Oh, oh, oh. Seit wann ist hier so ein hässlicher Pfosten im Weg? Oh mein Gott, war das knapp. Ich bin... Ich hab den Baum mitgenommen, aber ich bin nicht gaaaanns. Ich bin keine Gans. Ich bin nicht ganz gecrashed. Hui, da ist immer noch was hinter mir. Ey, Lens. Oh, ich hab mir das Winterdorf dieses Jahr noch gar nicht angeschaut. Das find ich grad voll faszinierend. Baum. Das ist aber gar keine Zeit, das hier zu genießen. Ich wollt's grad sagen, also wenn du das jetzt noch genießen und alles in dich aufnehmen kannst, dann Respekt, dann sag mir mal bitte wie. Nee, aber ich weiß doch ehrlich, ich hab nicht mehr, wo ich bin. Links, rechts, Baum. Was tue ich hier? Wo sind die Leute? Baum. Haus, nein. Posten. Ich wurde gefangen. Warum ging's da nicht? Oh ja, 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 ja. Ich bin der Doppelz. Warte, du auch? Okay. Ich bin auch gefangen. Warte, bist du das hier? Bist du hier neben mir gecrashed irgendwo? Ja. Oh, hi. Oh, ich hab mich vor deiner Suchergruppe erschrocken und bin dann gegen die Hauswand geklatscht. Ja, dann kommen wir ins Feria. Warum überlebt Feria wieder bis zum Ende? Oh, hi, Leon. Hä? Wie? Wo? Wo? Bist du da grad übers Eis geschlittert? Ja, warte, kamst du mir entgegen? Ja. Oh mein Gott, du hast Feria. Beziehungsweise ich war so schräg von dir entfernt. Ah, du bist jetzt auf der Eis. Ja, okay, das sind alle. Seh dich. Feria läuft auf dem Eis Richtung, was ist das, Süden? Oh ja, Feria, wie weit bin ich von dir entfernt? Noch sehr weit. Wait, wo bist du eigentlich? Ich lieb's eher immer so, oh ja, und kurz drauf so, äh, wo ist sie hin? Hey, sag mal, wo bist du hin? War nicht mehr. Ja, nee, ich bin irgendwie komplett lost gerade. Ich bin literally einfach nur einmal im Kreis gelaufen. Ach, immer die. Oh, mein Gott, Hilfe. Hä? Was für ne Kurve, ich wollt da grad... Awww. Okay, jetzt nach und nach sammeln ich glaube ich dann immer alle ein. Ja, ich glaube jetzt sind alle hinter dir. Okay, Leute, wir teilen uns auf. Nicht alle hinter ihr her, sondern Weg absteigen. Macht gefährliche Manöver, schneidet ihr den Weg ab. Ja, ich bin jetzt bei mir in Feria. Ich... Scheiße, wo ist sie? Wo ist sie denn schon wieder? Ich kann nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie das? Sie ist uns ja auf der Eisfläche. Ah, da! Also am nächsten ist... Jetzt hab ich dich. Ist der weiße Isländer könnte Jane sein, ich glaube Jane ist mir grad noch am nächsten. Ja. Mhm. Ich bin aus meiner Sicht der am nächsten, aber wahrscheinlich aus den anderen nicht. Deine Sicht ist... Oh mein Gott, wie viel Kamera kaputt. Ich wär grad fast in die Sackgasse gelogen. Jetzt bin ich wieder in Feria. Ich hatte eben verstanden. Gute Idee. Hörter so. Oh mein Gott! Jawoll, gute Idee. Jetzt bin ich in Feria. Na ja, wie weit bin ich von dir entfernt? Fünf Pferdelänge. Ich seh dich, ja. Oh. Oh. Bei mir ist es eine Pferdelänge zwischen euch. Junge, Feria, warum ist dein Ding so schnell? Macht keinen Sinn. Also bei mir seid ihr nicht mal zwei Pferdelänge auseinander. Und Mia ist auch knapp dahinter. Bleibt hängen! Bleibt doch an der Treppe da hängen. Welche Treppe? Wo war deine Treppe? Oh mein Gott! Da, wo du um die Kurve gerannt bist. Jetzt bin ich vor Feria. Halleluja! Oh mein Gott, da rennt ein Reh rum. Süß. Du genießt die Landschaft. Ich glaub's auch. Da ist eine unsichtbare Wand! Da ist noch irgendwer hinter mir gegen den Fluss. Das hab ich gesehen. Kommt man da hinten durch? Mhm. Wo bist du? Ich weiß doch gar nicht wo. Oh. Das wär perfekt geworden, Leon. Oh, es ploppen jetzt. Oh, es ploppen alle auf. Mann, ich wollt so gut den Weg abschneiden. Aber nein, die Spieler ploppen nicht mehr. Jetzt bin ich wieder in Feria. Lara, du bist das Lieder an dem Ding, ne? Ja, doch. Du bist grad im nächsten Mal. Ja, dann dein Bär. Oh mein Gott! Ah! Woher? Alle gegen den Felsen. Ich bin schon fancy. Oh, ich muss gucken wo ich hinlaufe. Hilfe, oh Gott. Da steht was Rotes auf dem Eis. Die müssen uns von dir entfernt. Ziemlich weit. Aber du holst... Bist das du? Ne. Irgend... Ist das Mia? Ich glaub das ist Mia, die da aufholt. Doch, ich glaub das ist Mia, ja. Naja, du strapazierst heute alle unsere Nerven. In beiden Folgen. Ist mir leid. Ich pack mal Kekse. Gut. Hör dich offen. Bringt dann zwar auch nicht allen was, aber... Alle, die hier heute dabei waren, die schreibst du auf. Und denen schickst du Kekse. Schaff ich's dann? Oh mein Gott! Das war knapp. Das war richtig knapp. Naja... Ja. Wie weit bin ich von dir entstanden? Weit. Nein! So runtergefallen. Ich wollte so gut abkürzen und mein Pferd ist runtergefallen. Ah, da! Bleib doch mal hängen. Aber rennst irgendwie immer dieselben Wege, wie so ein NPC. Schon, ja. Das funktioniert halt auch. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir dir hier schon wieder 10 Minuten hinterher rennen. Wie ich... Ich glaube, aus deiner Sicht sind alle viel weiter entfernt, als es in Wirklichkeit ist. Nee, jetzt holt ihr auf. Ja klar, aber... Ich war vor und teilweise vier, fünf Pferde denken vor dir, Ma. Nee, also wie gesagt, die nächsten, die wirklich an mir dran waren, waren... Lara... Jane... Und Mia, glaube ich. Und zwischen... Dann stimmt hier irgendwas nicht. Aber... Dann stimmt hier irgendwas nicht. Ich bin jetzt auf einer Höhe mit dir aus meiner Sicht. Was die Sache für mich schon mal deutlich schwerer macht. Ich seh dich grad... Gar nicht. Ist das wieder ein Speedboost? Warum bleibt mein Pferd random stehen? Ich verstehe es nicht. Hui, Hilfe. Uiuiui. Oh. Ja, okay. Bist du stehen geblieben? Oh mein Gott. Endlich. Oh Gott. Ja, da bin ich auch immer stehen geblieben. Ich hab's grad erst mal nicht gerafft. Das war... Das war ein Krampf hier schon wieder. Entschuldigung. Oh Mann, oh Mann. Gut. Wir haben's geschafft. Perfekt. Scheiben wir auch alle endlich pünktlich zum Essen. Na perfekt. Mai. Ibt ein. AmAP-Nam.